Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Draft. Ich bin der Taris und heute wollen wir uns mal mit dem Crusher befassen. Das setzt allerdings voraus, dass wir noch in irgendeiner Form Cobble oder Cleanstone finden. Bevor wir danach auf die Suche gehen, bitte, bitte vergesst nicht einen Like für mich da zu lassen und vor allen Dingen für den YouTube-Algorithmus, das hilft mir wahnsinnig weiter. Und gerne auch den Kanal kostenlos abonnieren und dann suchen wir los. Es muss doch wohl möglich sein, dass wir hier noch... Ja! Als hätte ich es gewusst, ähm... Das sind unsere Kobbels, wenn ich das jetzt abgebaut habe. Ist mir da irgendwie beim letzten Mal entgangen, als ich den Dirt durchs Sieb gehauen habe, dass da Kobbel rauskamen. Jetzt muss ich genau diese vier... Muss ich jetzt hier aufbauen und dann mit einer Pickaxe abbauen. Dafür brauchen wir aber eine Pickaxe und die können wir uns aus Holz bauen. Und dafür machen wir erstmal wieder... Das ist so schlau. Tarris, das ist so schlau. Halt mal, müssen wir ein bisschen sortieren. Damit das hier nicht zum Chaos wird, liebe Freunde, in einem Chaos ausartet, brauchen wir jetzt das Holz. Genau. Das uns auch wieder ausgeht, aber hinten wachsen noch zwei Bäume. Das heißt, das ist auch nicht... Und wir haben ja noch Setzlinge. So. Ne, das war nicht so schlau, weil wir für die Pickaxe nämlich drei brauchen. Also fällen wir einen Baum. Ich hatte auch die Hoffnung, dass die Bäume größer werden. Werden sie aber wohl nicht. Oder zumindest nicht in einer überschaubar kurzen Zeit. Ja, ich weiß, wir haben eine Steinachs in der Kiste oder sogar im Inventar. Aber bis ich die jetzt rausgesucht habe und... So, ne. Also, gerade mal schnell mit dem Holz das Holz abgebaut. Und dann machen wir daraus Bretter. Ich finde, das Grün ist sehr gelungen, liebe Minecraft-Programmierer. Da habt ihr euch hier sehr viel bei gedacht. Vielleicht. So, und jetzt machen wir das hier. Jawohl. Aber es gibt den Koppel, den ich haben möchte. Klar. Und jetzt können wir uns einen Ofen craften. So. Machen wir den Ofen dahin. In diesem Ofen werden wir jetzt mit der Kohle das Eisen schmelzen. Funktioniert ja hervorragend. Das lassen wir noch. Und dann können wir uns damit einen Crusher bauen. Glaube ich. Denn dafür brauchen wir die 5 Eisen. Genau, 2 Redstone und eine Iron Pickaxe. Das heißt, Redstone haben wir auch noch. Und ein Deer. Ich bin so froh über diesen Deer. Haben wir irgendwas, was wir in der Zwischenzeit noch sieben können? Nein. Dann gehen wir ein bisschen angeln, bis das hier durch ist. Ah, dauert noch eine Weile. Man findet beim Angeln immer so allerhand nützliches Zeug. Ja, was ist denn das? Ja, was ist denn das? Eine Kiste. Das ist diese Loot Crate, von der wir in Folge 1 gelesen haben in dem Guide. Und jetzt muss ich gerade hier den Setzling einsammeln. Und dann... Oh. Krass, was bist du? Das steht da jetzt aber doof, hätte ich das gewusst. Ah, eine Trading Station. Hier kriegt man Endportale. Kinder, wir können den Enderdrachen tatsächlich besiegen. Wir können uns hier Endportalrahmen kaufen. Crusher kaufen. In den Nether wollen wir natürlich auch noch. Wir können hier ein Bean Spawn Egg. Wir können hier Tiereier kaufen. Das bedeutet, dass wir sowas nicht angeln können. Also wir können keine Kühe angeln. Aber wir können alle Tiere, Pferde, Bienen. Dann gibt es hier Pflanzen. Hübsch. Auch welche, die man noch gar nicht kennt. Alle für Bone Meal. Ja, mega. Finde ich richtig gut. Ist das Eisen denn fertig? Ja. Dann müssen wir daraus eine Pickaxe machen. Wo ist denn Holz? Da habe ich noch Holzstecken hier. Diese Dinger. Sticks. Und dann machen wir daraus eine Pickaxe. Und dann brauchen wir Redstone, habe ich gesehen. Und dann müssten wir jetzt den Crusher damit bauen können. Genau. Und mit dem Crusher können wir dasselbe machen, was wir mit dem Sieb machen. Allerdings mit Steinen hier hin. Und jetzt sieht es aus wie ein Grill. Wie so ein Gasgrill. Hier hat man zwei Knöpfe, womit man das Gas regulieren kann. Hier oben kommt was Leckeres zu essen drauf. Läuft. So. Und da kann man jetzt all das hier durchjagen. Nee, kann man nicht. Hm. Okay. Unpowered requires Redstone. Ah. Wir müssen eine Redstone Torch anschließen. Jetzt brauchen wir mehr Sticks. Und Redstone. So. Da ist unsere Torch. Jawohl. Und da läuft das. Stark. Und jetzt? Ah ja. Und was macht es? Warum mache ich das immer alles kaputt, bevor ich meinen Loot einsammeln kann? Oh, jetzt muss ich die. Okay, das. Das ist aber doof gelaufen jetzt. Das heißt, ich muss. Ich muss mir angewöhnen, die linke Maustaste zurückdrücken und nicht die rechte. Ich weiß zumindest, was ich jetzt drücken muss, damit ich ihn nicht abbaue. So, du da rein. Jetzt kommt hier das. So. Und jetzt. Achtung. Jetzt kommt Supertaris. Ja. Cobblestone. Es macht also nur Cobblestone offensichtlich. Ja, aber warum nicht? Muss nur aufpassen. Manchmal fällt das hinten raus. Und dann muss man es halt einsammeln. Liebe Freunde, ich mache das hier jetzt noch ein bisschen weiter, weil es macht mir richtig, richtig viel Spaß, diesen Stone zu crushen, weil es die right ist. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Taris. 원梅. Waks. 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 Waks.